Einen schönen Sonntagvormittag, ich begrüße Sie bei der Pressestunde. Frühsommer, die Corona-Situation entspannt sich, die politische Lage aber nicht. Der von der ÖVP nominierte Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter tritt ab. Wegen irritierender Textnachrichten mit dem derzeit suspendierten Justizsektionschef Christian Pilnercheck. Die Justiz, die wehrt sich gegen Angriffe aus der Parteipolitik. Unser Gast heute hat als Vorsitzender der Landeshauptleute im Corona-Management Verantwortung getragen. Und sein Wort hat in der ÖVP Gewicht. Bei uns ist der Landeshauptmann der Steiermark, Hermann Schützenhöfer. Danke, Herr Landeshauptmann, fürs Kommen. Und die Fragen stellt mit mir gemeinsam der Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Hubert Patterer. Danke auch Ihnen fürs Kommen. Sehr gerne. Schönen Vormittag. Herr Landeshauptmann, wir haben es schon angesprochen, Höchstrichter Brandstetter geht wegen irritierender SMS-Nachrichten mit dem derzeit suspendierten Sektionschef Christian Pilnercheck. Wir werden noch ausführlicher darauf eingehen. Aber gleich vorweg, auch Sie waren ja Adressat von Textnachrichten von Christian Pilnercheck. Er hat versucht, bei Ihnen beruflich für seine Frau zu intervenieren. Ich zitiere auszugsweise, lieber Herr Landeshauptmann, Prosit 2021, möchte nur informieren, dass der Präsident des Oberlandesgerichts Graz ausgeschrieben ist. Bitte um deine Unterstützung, Caroline, wäre eine Wohltat für die Gerichtsbarkeit in der Grünen Mark. Schreibt er an einem Jänneramt. Was haben Sie sich dabei gedacht, wie Sie diese Nachricht gelesen haben? Gar nichts. Was glauben Sie, wie viele Menschen bei mir intervenieren? In diesem Fall bin ich nicht zuständig, habe nichts gemacht, auch nicht geantwortet. Aber nicht böse sein, wenn eine Mutter kommt mit einem Sohn, die schon jahrelang eine Stelle sucht, Herr Landeshauptmann, können Sie helfen? Dann versuche ich das. Wenn eine junge Dame kommt, die vielleicht, wie wir in der Steiermark sagen, ein bisschen langsamer ist, ob es einen geschützten Arbeitsplatz gibt, dann versuche ich zu helfen. Wenn in der Energie Steiermark der Aufsichtsrat zu besetzen ist, dann bin ich nicht nur informiert, sondern ich bestimme mit. Das Unternehmen gehört ja uns. Und wenn jemand bei mir anfragt, ob ich für die Frau was tun kann, dann kann ich das in diesem Fall nicht. Aber ich möchte schon sagen, dass Pilner-Check im Prinzip gute Arbeit geleistet hat und vor allem, dass es ja keine Sippenhaftung geben sollte. Wissen Sie, wer Caroline List ist? Die kommt aus einem Elternhaus, wo der Vater Jahrzehnte Rotkreuz-Präsident war, Chef der Anästhesie. Sie war 1993 die erste weibliche Strafrichterin in Graz. Sie ist jetzt Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen. Sie hat im SOS Kinderdorf mitgemacht. Sie ist im Kinderschutzzentrum mit dem Verein gegen sexuelle Übergriffe an Kindern und vor allem seit es die Opferschutzanwaltschaft gibt. Elf Jahre ist sie etwa mit der Frau Bierlein, mit dem Herrn Scholz dabei, ehrenamtlich, zeitintensiv. Ich lasse mir ungern solche Menschen, die sicherlich auch fähig wären, ein Ministeramt zu führen, schlecht machen. Herr Landeshauptmann, die Frau Präsidentin List ist ja nicht im Misskredit geraten. Dennoch würde es mich schon interessieren, wie das damals wirklich war zum mitternächtlichen Stund, als Sie dieses SMS erhalten haben. Was hat Sie denn da wirklich abgehalten, davon zu antworten? Was hat Sie zurückgehalten? War es der wache Instinkt für die Gefahr oder war es doch der sichere Instinkt, dass das nicht geht, dass die Politik da mitmischt bei einem Spitzenamt in der Justiz, obwohl wir wissen, dass die Politik überall mitmischt? Ja, also nachfragen hätte ich immer können. Es darf den Landeshauptmann ja interessieren, wer Präsident des Oberlandesgerichtes wird. Und haben Sie das getan? Nein, habe ich nicht getan. Ich habe mich für Sie auch nicht verwendet. Ich wollte damit nur klarstellen, das ist eine Persönlichkeit, die eine großartige Persönlichkeit ist, anerkannt. Und die wird da jetzt in einen Strudel mit hineingenommen. Da sage ich, das ist ungerecht. Aber es geht jetzt gar nicht um die Frau List, sondern es geht eher um die versuchte Intervention des Herrn suspendierten Sektionschefs. Also Sie sagen, daran finden Sie an und für sich nichts Anstößiges, wenn er Ihnen ein SMS schreibt mit dieser Bitte. Ja, also was glauben Sie, wie viele Leute bei mir vollstellig werden in Bezug auf den ORF-Generaldirektor? Aber es wird einen Unterschied machen, sozusagen, wie Sie vorhin gesagt haben, wenn sich eine Mutter an Sie wendet oder ob sich da ein Sektionschef an Sie wendet. Naja, selbstverständlich macht es einen Unterschied und ich weiß auch, wo ich Einfluss nehmen kann, wo ich Einfluss nehmen darf und wo ich das nicht kann. Aber den Landeshauptmann zu informieren ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Was glauben Sie, wie oft ich beim Bundeskanzler vollstellig geworden bin, wenn es um Positionen im öffentlichen Bereich geht? Warum immer Niederösterreich, Wien oder Oberösterreich, warum nicht Steiermark, wenn die Qualifikation der Bewerber stimmt? Was glauben Sie, was sich in der katholischen Kirche abspielt, wenn es um eine Ernennung eines Bischofs gibt? Also SMS bekommen Sie sozusagen genug, aber in dem konkreten Fall haben Sie dann auch nicht zurückgerufen? Nein, nein, ich kenne ihn, weil man natürlich hin und wieder, wenn man im Ministerium war, bei welchem Minister auch immer, ihn auch gesehen hat. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, aber wie immer es auch ist. Ihn nur schlecht zu machen, nicht darüber zu reden, was ist denn der Grund, warum er glaubt, dass da viel schief läuft. Immer nur die eine Seite zu hören, ja, das ist populär, sich abputzen, ich habe damit nichts zu tun, das ist meine Sache nicht. Darüber reden wir sicher noch ganz genau, was sozusagen das Problem mit der Justiz sein könnte. Trotzdem nur, um das abzuschließen, ich frage auch deswegen so genau nach, weil im Standard steht, Ihr Sohn hätte zurückgeschrieben, weil Herr Pilnatschek hat sich die Handynummer offenbar von Ihrem Sohn geholt, der hat schon geschrieben, die Frage, wie wir an dieser Sache konkret helfen können, hat uns eh beschäftigt. Was hat er da gemeint? Naja, wahrscheinlich hat er gemeint, dass das eine sehr gute Persönlichkeit ist. Mein Sohn war ja im Justizministerium im Kabinett tätig, aber bitte lassen wir da meinen Sohn aus dem Spiel, der hat damit schon gar nichts zu tun. Wir erfahren also hier auch, dass ein Landeshauptmann mitunter auch Vorstand einer Personalvermittlungsagentur sein kann, bei Tag und bei Nacht. Jetzt ist es ja so, dass Christian Pilnatschek auch bei Wolfgang Brandstetter, dem Verfassungsrichter, der er noch ist und beim ehemaligen Justizminister gebeten hat, um Unterstützung für seine Frau. Beide sind eng befreundet, beide verbindet eine enge Männer- und Juristenfreundschaft. Und aus dieser Aura heraus, so liest es sich, sind auch diese privaten Textnachrichten zwischen den beiden jetzt entstanden, die so viel Wirbel ausgelöst haben, wobei Pilnatschek doch die heikleren und möglicherweise verwerflicheren auch geschrieben hat, was mit seiner Persönlichkeitsstruktur möglicherweise auch zu tun hat, dass er hier der Gefährdeter ist. Er hat nicht nur die Urteile der Verfassungsrichter kritisiert zur Sterbehilfe und zum Kopftuchverbot für Mädchen. Das kann man kritisieren, aber er ist im Zorn darüber hinausgegangen und hat gesagt, er kann so einem Rechtsstaat, so einem fehlgeleiteten von den Verfassungsrichtern fehlgeleiteten Rechtsstaat nicht mehr dienen. Ein Staatsdiener, der nicht mehr dem Staat dienen kann, das war eigentlich wie eine Selbstkündigung. Oder wie haben Sie es gelesen? Zorn ist nie ein guter Ratgeber. Aber man kann natürlich schon einmal in der Emotion hoch sein. Der Chefredakteur der Kleinen Zeitung weiß das. Ich halte Menschen, die ihre Meinung direkt sagen, auch in einer gescheiten Streitkultur, für bedeutender als jene, die immer schon alles gewusst haben, aber es nie gesagt haben. Das Gleiche ist es ja auch, wenn es in Bezug auf die Parteimitgliedschaften geht. Die Bewerber, die an der ersten Stelle schreiben, ich bin bei keiner Partei, die kann einmal schon gestohlen bleiben. Denn zur Demokratie gehört Bekennermut. Und mir ist ein roter Gewerkschafter, der seit seines Lebens für den Arbeitnehmer eingetreten ist, fünfmal lieber als jemand, der nie genau weiß, wo er hingehört. Aber es ist ein anderes Thema. Ich sage zu Justiz. Muss man wohin gehören in diesem Land noch immer? Jeder gehört wohin, zu seiner Familie, jeder stammt wo ab, jeder weiß, wo seine Wurzeln sind, die Heimat. Für mich ist die katholische Soziallehre der Fels in der Brandung, da gehöre ich hin. Daraus ergibt sich, dass ich mich sehr früh schon für die Volkspartei entschieden habe. Aber immer weniger Menschen bekennen sich zu einer Partei. Das ist schon in Ordnung. Parteien haben Zukunft, auch ÖVP und SPÖ haben nicht ausgedient, wie das Beispiel Steiermark zeigt. Wir arbeiten ja gut zusammen, auch mit der Opposition. Die letzte große Koalition, nicht fast was Exotisches, nicht in Österreich? Ja, ÖVP und SPÖ haben aber nicht ausgedient, wenn sie erkennen, dass die Sektionen und die Bünde, dass mit den Strukturen dieser Parteien nur mehr ein kleiner Teil der Lebensrealität zu halten ist. Und dass man sich öffnen muss. Wenn man das tut, dann haben diese Parteien Zukunft. Aber es gibt immer weniger Stammwähler. Die Menschen wechseln. Das ist auch gut so. Das ist lebendige Demokratie. Ich meine nur, wenn jemand eine Gesinnung hat und diese versteckt aus Zynismus heraus, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und ich möchte sehr klar zur Justiz sagen, diese Chats in allen Fällen sind grauslich. Dass sie veröffentlicht werden dürfen, auch was den persönlichen Bereich anlangt, ist ebenso grauslich. Das gibt es nirgends. Auch in Deutschland nicht. Aber ich wende mich da nicht an die Justiz. Ich habe einiges in mir, was zu kritisieren wäre. Ich tue das nicht. Der Rechtsstaat und die Justiz ist eine große Säule im Rechtsstaat, sind wichtig. Ich bin nicht mit jedem Urteil des Verfassungsgerichtshofes einverstanden. Das darf man schon den Verfassungsrichtern sagen. Aber was die Urteile, das gilt. Und daran haben wir uns zu halten. Und wenn man jetzt gegen den Bundeskanzler vorgeht, dann müssen die ja untersuchen. Er ist ja angezeigt worden. Nicht von der Justiz, von Parteien. Mir geht es darum, dass wir schon darüber reden, was ist aus diesem Österreich eigentlich geworden. Da gibt es laufend sprachliche Grenzüberschreitungen. Herr Landeshauptmann, darauf, wenn wir es da ausrichten. Ein krimineller Bundeskanzler. Kurz muss weg. Alle gegen Kurz. Jetzt bitte nicht böse sein, dass wir da und viele Menschen nicht von vornherein applaudieren, wenn es offenbar darum geht, dass ein junger, intelligenter Mann wie der Kurz nicht Kanzler in Österreich sein darf, weil er aus dem bürgerlichen Bereich kommt. Herr Landeshauptmann, das kommen wir noch sehr ausführlich zu sprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass Sie da ein bisschen woanders hingekommen sind auf die Frage des Herrn Kollegen, die eigentlich gelautet hat, Herr Pilnercheck selbst schreibt in einem SMS, ich kann diesem fehlgeleiteten Rechtsstaat nicht mehr dienen. Ist das nicht eine Selbstkündigung? Anders gefragt, soll er aus Ihrer Sicht gehen? Er hat sich entschuldigt, wie das weitergeht. Es gibt ja Verfahren, weiß ich nicht. Er hat für die Justiz, glaube ich, gute Arbeit geleistet. Was er da gesagt und geschrieben hat, ist nicht in Ordnung, aber ich bin nicht zuständig für ihn. Und Sie haben es ja bereits jetzt selber angesprochen, dass sozusagen seit Wochen das wirklich ein großes Thema ist, sozusagen Justiz, Parteipolitik, Angriffe auch aus der Parteipolitik auf die Justiz nehmen für sich in Anspruch. Sie würden das nicht machen, weil das ist eine Säule sozusagen des Rechtsstaates. Aber Sie sind ja schon auf den Herrn Bundeskanzler dann auch gekommen und haben gesagt, also das geht halt so auch nicht, dass der so angegriffen wird. Sie selber haben, da habe ich mir auch ein Zitat rausgesucht, weil das doch sehr irritierend war, vielleicht sogar gesprochen von einer Menschenhatz der Sonderklasse gegen den Bundeskanzler. War das die richtige Wortwahl? Mag übertrieben sein für das, was ich normal denke, aber es ist jedenfalls schon so, dass es uns aufwühlt, wenn wir sehen, dass... Und heißt die Partei? Weit darüber hinaus. Der Funktionärsbereich ist eine eigene Crew. Ich bin als Landeshauptmann nahe bei den Menschen. Ich bin jetzt wieder seit 19. Mai unterwegs im Lande, stärker wie früher. Wissen Sie, das sagen mir die Leute. Also jetzt ist genug. Jetzt haben die Vereinigten Oppositionsparteien und in der Kampagne haben ja auch die Grünen mitgemacht. Die kritisieren ja laufend den eigenen Regierungspartner, um dann wiederum bei Misstrauensanträge mit der ÖVP zu stimmen. Dass das jetzt eine neue Situation ist, wir lassen uns diesen jungen Kanzler nicht herausschießen. Da hat sich schon etwas getan. Jetzt spricht der Parteiobmann und nicht der Landeshauptmann. Nein, hier spricht der Landeshauptmann, weil ich das von den Menschen erfahre, so schwer die Situation für uns auch ist. Da braucht man gar nicht um den Brei herumreden. Die ÖVP hat es schon leichter gehabt. Wohl auch selbstverschuldet, nicht? Warum? Wenn man, kommen wir noch darauf hin, wenn man sich anschaut, was da alles ruchbar geworden ist. Und in welche auch moralischen Hohlräume hier man bei Teilen der politischen Elite auch rund um den engeren inneren Kreis des Kanzlers, wenn man da hineinschauen, hineinschauen muss jetzt, nicht? Das kann Sie doch nicht unberührt lassen, Herr Landeshauptmann. Ja, überhaupt nicht. Ermittlungen gegen den Bundeskanzler abwärts, ich glaube, das ist ja sozusagen das, was Sie auch selbst angesprochen haben, mitten in einer unangenehmen Situation. Also ich glaube, dass die Ermittlungen gegen den Herrn Bundeskanzler, da vertraue ich auf die Justiz, aber auch wenn ich nicht vertrauen würde, wäre es so, die werden nichts bringen, aus meiner Kenntnis heraus. Und die ÖVP spekuliert auch nicht damit, dass man das jetzt an die Spitze treibt und am Ende, wenn es zu einer Verurteilung käme, ich bin absolut der Meinung, dass das nicht der Fall ist, dann sozusagen dem Wähler das Wort gibt. Nein, es sind zu oft Wahlen vorverlegt worden, wir haben die Nationalratswahlen von vier, fünf Jahre gelegt und jetzt sollen wir einmal versuchen, den überwiegenden Teil durchzudienen oder ganz durchzudienen. Das ist ja der Auftrag der Bevölkerung. Der Auftrag ist ja nicht, dass man streitet, sondern dass man zusammenarbeitet und dass man arbeitet. Dennoch hat man auch bei der ÖVP jetzt, mit Verlaub gesagt, nicht das Gefühl, dass sie auf Zusammenarbeit aus ist und auf Gestalten und auf das Regieren sie ist, wie eine Zeitung heute geschrieben hat, im Kampfmodus und ist dabei, fast im Tagesrhythmus auch zurückzuschlagen und wilde Attacken auch gegen Teile der Justiz zu reiten. Darf sich eine bürgerliche Partei, wie Sie sie gerade beschrieben haben, sich so eine Frontstellung, so eine Eskalation in diesem Land leisten? Sollten wir nicht, sollten wir nicht, denn es ist die Aufgabe eines Bundespräsidenten, eines Bundeskanzlers, auch eines Landeshauptmanns zusammenzuführen, den Schulterschluss zu probieren, zusammenzuarbeiten über die Grenzen der eigenen Regierung hinaus. Das tut Türkis zu wenig. Sie ermahnen ihn auch, hier das Feuer einzustellen, auch die Partei. Ich möchte mich da nicht auf ihn fokussieren. Ich möchte sagen, dass, wenn man sich in die Rolle des Bundeskanzlers versetzt, man schon der Meinung sein kann, wahrscheinlich muss, dass er ungerecht behandelt wird. Und wenn das ausgeräumt ist, ich hoffe, bald können wir uns wieder mit den Themen beschäftigen, die eigentlich auf dem Tisch liegen. Aber war das jetzt ein Aufruf an Ihre Partei, sozusagen sich auch zu mäßigen im Tonfall gegenüber Teilen der Justiz? Ich würde persönlich jedenfalls die Justiz nicht angreifen, wenn ich noch so viele Einwände habe, und die habe ich in manchen Bereichen. Das ist der väterliche Rat eines väterlichen Vertrauten jetzt, könnte man so interpretieren. Ich sage dem Herrn Bundeskanzler, er wird 35, ich bin im 70. immer wieder auch, du hast das Recht und ich habe die Pflicht, meine Meinung zu sagen. Aber der gute alte Alphons Gorbach hat schon gesagt, das soll man in den vier Wänden tun und nicht am Hauptplatz. Sie haben es ja schon angesprochen, und das wirkt insgesamt ein bisschen so, als wäre die ÖVP mehr bestürzt über das Publikwerden bestimmter Textnachrichten, als über den Inhalt sozusagen. Wie ist das denn? Also Irmgard Griss beispielsweise, die argumentiert ja und sagt, naja, es ist halt auch ein Unterschied, wer sich diesem SMS hin und her schreibt. Und dass natürlich Personen öffentlichen Lebens einen geringeren Schutz nur beanspruchen können für ihre Privatheit. Teilen Sie diese Meinung nicht? Vor allem schätze ich die Irmgard Griss sehr. Ich wollte sie ja als Präsidentschaftskandidatin seiner Zeit und wollte auch, dass sie bei uns kandidiert. Sie hat dann auf der Liste der NEOS kandidiert. Ich lese das sehr genau durch, was sie sagt. Man muss nicht immer einer Meinung mit ihr sein. Das bin ich bei Gott nicht. Aber ich nehme das natürlich sehr ernst, was sie sagt. Soll sich was ändern an der Sicherstellung von Diensthandys? Na ja, da sind wir auf einem Gebiet, das uns sehr rasch in den Missbrauch bringt. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, es gibt begründete Verdachtsmomente, der Herr muss sich der Frau oder dem Herrn sowieso das Handy abnehmen. Dann sollte sie gut überlegen, was davon wird weitergeleitet an Parteien. Denn das, was jetzt aufgetreten ist, haben ja nicht die Justizbehörden, sondern das haben ja Parteien weitergeleitet. Insbesondere die NEOS. Die verstehe ich sowieso nicht. Die kommen ja zum überwiegenden Teil aus der Volkspartei. Die waren zum großen Teil im Managementklub der ÖVP. Die Frau Meindl-Reising, mit der ich einmal ein sehr gutes Gespräch geführt habe, war bei unserer Ministerin, war beim Ottmar Karras, war in der ÖVP Wien angestellt. Woher diese totale Abneigung kommt, weiß ich nicht. Aber im Denken der Liberalen würden sich doch eine gute Ergänzung auch zur ÖVP sein. Aber die schießen sich doch ununterbrochen selber in das Knie. Verzeihung, Herr Landeshauptmann, aber meine Frage war jetzt ganz konkret, soll sich was ändern, wie Diensthändler sichergestellt werden? Würden Sie sich da einsetzen für eine Änderung? Ich habe da keinen Plan, weil der Missbrauch zu groß wäre, wenn das insgesamt öffentlich wäre. Was glauben Sie, was in Österreich passiert, wenn Publikwürde, was sich auf dem Sektor WhatsApp, SMS abspielt, wenn es um Positionen bei den Lehrern in der Kirche, bei den Ärzten gibt, da ist das, was sich in der Politik abspielt, ein Lärcherl vom ORF-Rede gar nicht. Man könnte ja auch sagen, das Ganze ist doch auch ein Beleg dafür, dass die Justiz in diesem Land funktioniert, nämlich dass sie vor Prominenz und vor der Macht nicht zurückweicht und zurückschreckt. Wenn es so ist, wäre es gut. Herr Landeshauptmann, das Wahlvolk hat ja vielleicht auch ein gewisses Interesse daran, zu sehen, wie denn sozusagen die Menschen wirklich denken hinter dem Marketing, hinter den Slogans. Da wollten wir Sie ganz konkret auf zwei SMS-Nachrichten auch noch ansprechen. Der ÖBAG-Chef und Kurzvertraute Thomas Schmid, der hat in einem SMS geschrieben, das für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Er hat sich darüber aufgeregt, dass er keinen Diplomatenpass hat und dass er sich da jetzt anstellen muss wie der Pöbel. Und dass er da reisen muss wie der Pöbel, hat er gesagt. Sie selber haben es immer wieder betont, ich habe es jetzt auch nachgelesen in Ihrer Biografie, Sie kommen sozusagen von, wenn man so sagen darf, ganz unten, haben eine Kindheit gehabt, wo jetzt wirklich, ich glaube, Sie haben selber die Semmeln ausgetragen und so weiter. Wie empfinden Sie das, wenn jemand sagt, mit dem Pöbel will ich nicht reisen, ich brauche meinen Diplomatenpass? Schrecklich. Das war eine kurze Antwort. Sie waren entsetzt. Ich war noch viel mehr entsetzt über das, was über die Kirche zu lesen war. Schauen Sie, ich habe es vorhin schon gesagt. Darf ich den Zuschauerinnen und Zuschauer ganz kurz erklären, was da los war? Wie gesagt, ich frage jetzt Sie auch als praktizierenden Katholik, als der Sie sich ja auch jetzt hier in der Sendung deklariert haben, mit Ihrem Bekenntnis zur Soziallehre, zur Katholischen. Der auch, glaube ich, Ministrant war und in einem Pfarrhaus geboren wurde, wie Sie unlängst bei einer Veranstaltung, glaube ich, erwähnt haben. Wie haben Sie denn diese türkisen Drohgebärden gegen die katholische Kirche empfunden, die auch aus diesen Chats öffentlich geworden sind, quasi als Vergeltungsmaßnahme als Türkise, auch gegen missliebiges, oppositionelles Verhalten in der Asylfrage? Wie haben Sie das auch als Katholik erlebt? Ja, das war ein schwerer Schlag in die Magengrube. So etwas darf man nicht machen. Streiten kann man immer. Sie dürfen nicht vergessen, die Volkspartei hat sich ja immer letztlich als eine Art Schutzmacht der katholischen Kirche empfunden. Unser Verhältnis zur katholischen Kirche war aber immer schwierig. Die Zeit sind aber vorbei, glaube ich, nicht, das mit der Schutzmacht. Für mich ist es noch so. Ich möchte nichts über die Katholischen im Lande, im Übrigen auch nicht über die Evangelischen, kommen lassen. Aber wissen Sie, wenn wir jetzt von diesem Chat wegkommen und zum Kern der Sache, es ist halt schon so, und da bin ich jetzt lange genug in der Politik, um das auch zu wissen, dass das Verhältnis ÖVP zu Kirche, das ist irgendwie so zu vergleichen mit dem Gleichnis von vorlorenen Sohn. Ich glaube, das kommt im Lukas-Evangelium vor, wo erzählt wird, ein Vater hat ein Freudenfest gemacht, weil der Junge, der ausgerissen ist, zurückgekommen ist und der ältere Bruder, der immer auf den Vater geschaut hat, ist daneben gestanden. So ähnlich kommt uns das vor. Und da hat sich etwas verhärtet, was ja mit der Realität nichts zu tun hat. Man hat immer gesagt, der Franz König ist ein Roder, war kein Roder. Der Weibbischof Grätzl hat mir oft erzählt, niemand sonst, also Julius Raab, übrigens interveniert, hat in Rom vorgesprochen für den Franz König. Das hat eine Tradition, aber die Kirche sagt manchmal Dinge, etwa in der Frage der Flüchtlinge, etwa in der Frage der Grundeinkommen, die mit dem, was wir tun, nicht übereinstimmt. Ist auch ganz klar. Ist nicht unsere Sache. Da ärgert man sich. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben mit niemandem so oft gestritten wie mit dem Franz Kübel. Aber ich würde nicht zulassen, dass ein anderer über ihn schimpft. Das ist ein schwieriges Verhältnis. Und dasselbe, weil Sie sagen Schutz macht. Ich sage schon, wenn wir befreit sind von diesem Virus, das sind wir noch nicht, dann müssen wir uns wieder um jene Dinge kümmern, wo es um Fragen der besseren Zusammenarbeit geht, wo es auch um Fragen geht, wer ist wann benachteiligt. Dass man den evangelischen, den Karfreitag weggenommen hat, den höchsten Feiertag, ist eine Wunde, die noch nicht verheilt ist. Und ich werde nicht lockerlassen, dass darüber noch einmal geredet wird. Das interessiert jetzt niemanden. Mich schon. Weil ein Unrecht geschaffen wurde. Ich weiß schon, dass dann alle kommen und sagen, was ist jetzt mit den jüdischen Glaubensgemeinschaften, mit den muslimischen. Ja, da war noch nichts. Nur denen hat man etwas weggenommen. Und die Religionsgemeinschaften, vor allem die zwei, die ich gerade genannt habe, sind gesellschaftspolitisch ganz, ganz wichtig. Also sie sind mir nicht böse. Aber was wäre das Land ohne die Priester? Das haben Sie uns sehr elegant weggeführt von den Chats zu den beiden christlichen Kirchen. Umso größer, wenn Sie hier die Nähe auch noch einmal ausleuchten, muss doch Ihr Entsetzen sein über das, was da ruchtbar geworden ist. Und wenn man mit Leuten auch aus dem bürgerlichen Milieu ihrer Partei nahestehend auch spricht, dann spürt man schon hier, dass es hier zu einem Einriss gekommen ist. Das war nicht nur ein Tabubruch, sondern ein wirklicher Zivilisationsbruch. So erlebt man das, wenn man mit Ihnen spricht. Haben Sie dieses Gefühl auch, dass sich hier so ein Bild verfestigt hat, einer Klick, die sich erhaben fühlt über das, was dieses Land ausmacht. Vermischt mit einer doch sehr pubertären, halb erwachsenen, halbstarken Sprache. Das muss ich doch entsetzt haben. Na ja, der Jugendwahn in der Politik ist ja auch vorbei. Es geht jetzt um eine gute Mischung aus Jüngeren und Älteren. Auf den Bundeskanzler bin ich stolz. Auf manches sonst in seinem Umfeld nicht so wirklich. Und wir müssen damit umgehen. Aber ich würde nicht öffentlich jetzt Schmutzwäsche waschen. Aber um das abzuschließen, Herr Landeshauptmann, Sie haben es ja jetzt wirklich uns spüren lassen, sowohl dieses SMS mit dem Pöbel als auch mit der Kirche, wo dann geschrieben wird, ja, also super Vollgas geben und so weiter, hat Sie entsetzt. Es würde mich interessieren, was tun Sie dann eigentlich? Greifen Sie zum Telefonhörer und rufen den Bundeskanzler an oder ärgern Sie sich einfach im Stillen? Nein. Also da mache ich schon mehr, als mich im Stillen zu ärgern. Aber ich sage noch einmal, ich habe ein sehr gutes Einverständnis mit dem Bundeskanzler. Und bei unseren Telefonaten tauschen wir uns auch aus, auch in die Richtung, dass ich natürlich meine Meinung ihm sage, er mir auch seine. Jetzt würde es uns natürlich interessieren, was haben Sie ihm denn da gesagt? Das sage ich aber Ihnen nicht, weil wir das unter vier Augen besprechen. Schauen Sie, wenn wir jetzt vor 14 Tagen die neuen Landesobmänner der Volkspartei mit dem Bundeskanzler zusammenkommen, dann wird sehr deutlich geredet. Und solange darüber in der Öffentlichkeit nichts bekannt wird, ist das auch in Ordnung. Aber seien Sie versichert, deutlich geredet heißt, deutlich geredet. Herr Schützenhöfer, ich habe unlängst auch mit einem sehr hochrangigen Funktionär der ÖVP gesprochen. Da ist der Satz gefallen, es gibt keine Alternative zu Sebastian Kurz, aber die Begeisterung sei versiegt und verflogen. Trifft das in etwa auch das Stimmungsbild, das Gegenwärtige in Ihrer Partei? Naja, es ist schon ein gewisses Teil, durch das wir jetzt gehen, aber wir sind doch mit Abstand in allen Umfragen und ich bin der Lett, der sich auf Umfragen bezieht, meine Nase ist groß genug, um selber zu wittern, was in der Bevölkerung vorgeht, sind wir weit vorne, weil es absolut keine Alternativen gibt. Machen wir es konkret, Herr Landeshauptmann, weil Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, das war mir nicht ganz klar, was Sie sagen wollten, wenn es sozusagen zu einer Anklage kommt gegen den Kanzler, damit rechnet er, glaube ich, auch selbst, kann er dann weiter regieren? Ich glaube nicht, dass es zu einer Anklage kommt, ich glaube schon gar nicht, dass es zu einer Verurteilung kommt und die Situation ist jetzt für die Volkspartei schwer, was dann zu geschehen hätte, werden wir zu besprechen haben, aber wir sind weit davon entfernt. Aber, also das heißt, Sie können jetzt nicht sagen, was wäre, wenn es zu einer Anklage käme? Diese, diese, was wäre wenn, Geschichte, also wenn meine Tante der Onkel wäre, wäre es nicht mein Tante. Die Partei vorbereitet darauf, falls es zu einer Situation käme, auch die neu zu beurteilen wäre, auch ob ein Kanzler weitermachen kann. Auch der Vizekanzler hat sich ja da gestern sehr klar festgelegt. Ich arbeite mit dem Vizekanzler Werner Kogler sehr gut zusammen. Ich glaube, dass er mit dazu beiträgt, dass es diese Koalition gibt und weitergibt. Aber sowohl die ÖVP als auch die Grünen müssen Spielraum haben, müssen Luft zum Atmen haben. Das habe ich immer wieder auch gesagt, wenn es darum ging, den Grünen Raum zu lassen. Weil sonst ist das ja nicht machbar. Jetzt geht es darum, dass... Auch eine Mahnung des väterlichen Vertrauten, eine weitere an die Parteispitze, an die Türkis. Ich habe nicht gesagt Mahnung. Ich sage es ja fast umgekehrt. Man muss jetzt auch schauen, dass die ÖVP ihr Programm in den Wirtschaftsfragen usw. voranbringt. Wir stehen hier etwa in der Frage der Energiezukunft, des Klimaschutzes vor großen sachlichen Auseinandersetzungen. Ich bin da durchaus gut im Gespräch auch mit der Ministerin Gewessler, aber da wird es Konflikte mit der Wirtschaft geben. Eine Koalition kann nur funktionieren, wenn man das Einvernehmen sucht. Wenn man den Kompromiss sucht, nicht den Faulen, dann darf man ein Problem nicht lösen. Aber man muss das Richtige tun. Man muss auch versuchen, das Richtige populär zu machen. Nur wenn das nicht gelingt, muss ich noch immer das Richtige tun. Und jetzt darf ich vielleicht, ich antworte zu lange, ich weiß es, Aber darf ich eines grundsätzlich sagen. Wissen Sie, wenn man wie ich lange dabei ist, dann denkt man sich in dieser Zeit schon, manche verwechseln da Zustände. Das, was wir in der Epidemie erlebt haben, war eine große Herausforderung. Es war keine Not. Darum sage ich auch nicht Wiederaufbaufonds EU, sondern Resilienzfonds. Es gibt nichts wiederaufzubauen. Es sind keine Bomben mehr eingeschlagen. Aber Herr Landeshauptmann, wir kommen wirklich noch auf die Corona-Krise. Und ich glaube, wir können sozusagen einfach... Ja, aber wissen Sie, was ich sagen möchte? Es ist in dieser Gesellschaft in Österreich eine gewisse Saturiertheit eingetreten. Es hat sich viel Beliebigkeit in die Bevölkerung, in die Gesellschaft eingenistet. Und für zu viele Menschen ist die eigene Befindlichkeit das Maß aller Dinge geworden. Sie sagen, die Leute sollen nicht so viel jammern. Auch jetzt im Kielwasser dieser Krise heraus. Den Jungen haben Sie gesagt, sie sollen sich nicht einreden lassen, glaube ich, dass es Ihnen schlecht geht. Hat Ihnen sehr viel Kritik auf den Leserbriefseiten eingebracht. Und ich bleibe dabei, weil die Parteien, weil die Gesellschaft den Jungen eingeredet hat, wie schlecht es ihnen geht. Wenn bei mir die Jungen sind, dann reden die mit mir nicht über Soll und Haben, sondern über Sein und Sinn, über den Klimaschutz, über die Demokratie. Ob das die Ministranten, die Volksschule, die Gymnasiasmen sind, die sind hochmotiviert. Aber in der Summe geht es den Menschen so gut wie nie zuvor. Ich verkenne nicht, dass eine Minderheit den Euro dreimal umdrehen muss, bevor sie ihn einmal zur Hälfte ausgibt. Und alles verloren hat er auch nicht. Und ich behaupte, dass der geistige Wohlstand oft mit dem Materiellen nicht mithalten kann. Hochmotiviert ist auch der Herr Herbert Kickl, nicht? Herr Landeshauptmann, Entschuldigung. Trotzdem, die Frage war ganz einfach, können Sie sich vorstellen, ein verurteilter Bundeskanzler bleibt er dann in der Regierung, ja oder nein? Ich bin überzeugt, dass er nicht verurteilt wird. Das können Sie sich einfach gar nicht vorstellen. Wenn es sozusagen dennoch Neuwahlen gibt, früher oder später wird es sie geben, wird Ihnen als ÖVP vielleicht auch ein potenzieller Koalitionspartner insofern abhanden kommen, als eben die Freiheitlichen jetzt gerade auf Obmannssuche sind. Und alles darauf hindeutet, dass Herbert Kickl jetzt die Freiheitlichen übernehmen wird. Ist ganz konkret für Sie das vorstellbar, dass Ihre ÖVP, die Sie sozusagen repräsentieren, mit einer Kickl-FPÖ zusammenarbeitet? Also das ist nicht mein Stil, den Kickl da jetzt gewählt hat. Er hat die Konfrontation zum Prinzip erhoben, ich bin ein Mann der Zusammenarbeit. Also nein. Ich schließe persönlich mein ganzes Leben keine Partei aus, weil viele, die jetzt die FPÖ wählen, haben schon einmal uns oder die Sozialdemokraten gewählt. Wissen Sie, davon halte ich nichts, vor der Wahl Parteien auszuschließen. Ich weiß nicht, ob am Wahlabend der Herr Kickl noch im Amt ist. Mit ihm würde es sehr schwierig werden, aber die schließen uns aus, die anderen schließen die aus. Zum Schluss stehen wir allein im Wald. Keiner ist dabei seit letzter Schluss. Ich muss dem Gegner, der für mich Mitbewerber ist, in die Augen schauen können. Vor der Wahl. Und ich darf vor der Wahl nicht so agieren, dass das nach der Wahl nicht möglich ist. Herr Schützenhöfer, Ihr Kollege, der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, war da ein bisschen klarer in seinen Äußerungen. Er hat gesagt, auch dieser Tage, einen Stil, wie ihn Herbert Kickl an den Tag gelegt hat, in dieser Pandemie, möchte ich in diesem Land nicht haben. Das war eine ziemlich klare Paraphrase für den Satz, mit ihm, unter ihm, sicher nicht. Ich habe gegen diese Formulierung keinen Einwand. Wir haben ja von Parteien gesprochen. Dass ich mit dem Herbert Kickl nichts am Hut habe, ist ja wohl klar. Aber ich habe nicht zu bestimmen, wen die FPÖ an die Spitze stellt. Ich würde es auch nicht zulassen, dass jemand uns Vorschläge macht, wenn wir an die Spitze stellen. Sie haben ja schon eingemahnt, dass jetzt einfach auch mal gearbeitet werden soll. Da würde mich interessieren, auch Ihre Meinung zu einer, ich würde sagen, es ist eine Sollbruchstelle auch in der jetzigen türkis-grünen Koalition, nämlich das Thema Integration und Asyl. Und Sie haben sie auch schon, also ich habe sie angesprochen, Sie haben sie dann auch angesprochen. Irmgard Gris leitet derzeit eine Kommission, die eingesetzt wurde nach sehr umstrittenen Abschiebungen von gut integrierten Schülerinnen in Wien. Und diese Kommission wird ihren Endbericht bald vorlegen, hat aber schon jetzt sozusagen gesagt, bei gut integrierten Familien soll die Entscheidung über humanitäres Bleiberecht wieder auf die Länderebene zurückkommen, soll die lokale Ebene wieder eingebunden werden. Wollen Sie das auch? Nein, weil dann der Wettlauf der Länder beginnen würde, wer hat ein gutes Herz, wer hat ein schlechtes Herz. Haben wir nicht schon eine halbe Stunde jetzt geredet über den Rechtsstaat? Es gibt einen Rechtsstaat. Die Art, wie man Menschen abgeschoben hat, war nicht in Ordnung. Aber die haben ja jahrelang schon gewusst, dass es hier kein Bleiberecht gibt. Und ansonsten sage ich, ich lasse mir nicht nehmen, für die sozial Schwachen da zu sein. Ich bin 1984 der Erste in Österreich gewesen, der einen Mindestlohn gefordert hat, damals 7.000 Schilling. Aber wir müssen Acht geben, wenn man da sagt, 100 Kinder aus Moria. Nein, wir reden von den Abschiebungen und vom humanitären Bleiberecht. Und die Frage ist, der konkrete Vorschlag von Irmgard Griss ist eben, dass bei gut integrierten Familien die lokale Ebene, Bürgermeister, Länder usw. wieder mehr mitreden sollen. Sie sagen, das wollen wir nicht. Ich will es nicht, aber ich will es in der Ergebnis auch. Sie sagen, Sie rufen lieber an in Wien, nicht? Das trifft den Familien eher. Das ist sozusagen die österreichische Variante. Oder SMS. Ich rufe oft an, wenn Bürgermeistern mich herantreten und sagen, schauen Sie, die stille Diplomatie bringt uns da weiter als das öffentliche Geschrei. Viele werden vielleicht für klare Regeln. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir zum Corona-Thema noch kommen, wo Sie ja auch wirklich Verantwortung übernommen haben, noch immer haben, selbstverständlicherweise Vorsitzender, auch der Landeshauptleute. Wäre es wichtig, dass wir dieses Thema jetzt noch anbringen. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, jetzt ist sozusagen auch gerade so die Situation, es entspannt sich, gerade die jungen Leute wollen feiern gehen. Wie sehen Sie das? Also ganz konkret beispielsweise, das ist, glaube ich, auch in Graz ein Thema, auch in Wien hat es eben Feiern gegeben, am Karlsplatz, dann wurde der Karlsplatz auch gleich gesperrt. Wie sehen Sie das? Müsste man den Jungen da jetzt auch mehr Möglichkeiten geben? Ich war immer dafür, dass man bei Demonstrationen sehr, sehr vorsichtig vorgeht, was den Polizeieinsatz anlangt. Denn sonst haben wir die Bilder, die wir aus anderen Hauptstädten Europas kennen. Manche provozieren das ja auch. Und das ist bei uns alles in allem ganz gut gelaufen. Ja, die jungen Leute wollen die Freiheit genießen, wollen miteinander Stunden verbringen. Schauen Sie mal in den Burghof am Sonntag in der Früh rein, mit was da die Container angefüllt sind. Schrecklich. Aber es ist so. Und ich möchte nichts verschärfen, sondern wir müssen hier etwas tun in der Bewusstseinsbildung. Sollen wir vielleicht eher die Jüngeren vorziehen beim Impfen? Nein. Die sind ja jetzt alle dran, wenn sie wollen. Seit wir die Möglichkeit haben, die über Zwölfjährigen zu impfen, sagen mir meine Leute, die Anmeldungen sind gering, obwohl wir in der Steiermark sehr stark sind. Wir werden bis zum Schul, bis zu Beginn der Ferien 730.000 Menschen geimpft haben. Zumindest mit dem Erststich. Wir sind die Testweltmeister über 10 Millionen. Wir haben vorige Woche 900.000 Menschen getestet. Das geht gut. Und wissen Sie warum? Weil der Föderalismus dahinter steckt. Und das ist ja der entscheidende Punkt, der Österreich bewegt hat. Wir haben ja mit dem Bund gar nicht wirklich gestritten. Nur, was ist denn das Gegenteil vom Föderalismus? Haben Sie das durchübergehend? Eine effiziente, klare Steuerung in einem ohnehin sehr kleinen Land. So hat man alles niederparzelliert. Alles mal neu. Neun Impfstrategien. Neun EDV-Systeme, die plötzlich aus dem Boden gestampft haben werden müssen. Neun Regelungen in den Kindergärten. Oder gar keine in den Kindergärten. Hat da wirklich alles funktioniert? Jetzt rede ich von den viel zu vielen Toten in den Pflegeheimen noch gar nicht. Haben Sie das zu Ende gedacht, was das Gegenteil vom Föderalismus ist? Das ist der Zentralismus. Wollen Sie den Zentralismus? Ich will ihn nicht. Möglicherweise in einer Notsituation das bessere Modell. Ja, aber bei den Impfungen wären wir noch nicht bei einem Drittel. Ich sage Ihnen auch gerne warum. Wieso? Der Gegenteil des Föderalismus ist der Zentralismus. Ja, wir müssen darüber reden, was kann eine Zentrale besser, was macht man besser regional. Aber die, die vor allem in den Wiener Chefredaktionen über den Föderalismus herziehen, haben das nicht zu Ende gedacht. Dass am Ende der Zentralismus steht. Und gegen den waren wir Länder immer. Wir haben nichts davon. Wenn ich heute mit Medienvertretern in Wien rede und das Thema Föderalismus kommt, gehen die Rollläden runter. Sie können wieder heimfahren. Der Blutdruck geht rauf. Das ist sehr, sehr kurz gegriffen. Was hat denn der Bund gemacht? Er hat die Impfungen, die Tests bestellt. Ja, aber wenn die in Schwächert ankommen, sind sie ja noch nicht im Waldviertel, in der Südsteiermark oder in Vorarlberg oder im Walzerthal. Also, wir haben es übernommen. Wir haben in der Steiermark 700 niedergelassene Ärzte, die impfen. Bei AstraZeneca haben... Das heißt, es ist aber sehr lang gestritten worden, nicht? Müssen Sie dazu sagen, Herr Landeshaupt? Das gehört zum Leben dazustreiten. Aber niemand hat so viele Ärzte. AstraZeneca, bin selber AstraZeneca-Gebend. 20% Abmeldungen bei den Impfstraßen, die vom Bund forciert wurden. Fast null Abmeldungen bei den Ärzten. Warum? Der Arzt ist Vertrauensperson für die Frau, für den Mann. Und daher möchte ich bei diesem System auch bleiben. Der Bund hat ja oft genug gesagt, macht das. Wir können es gar nicht machen. Herr Landeshauptmann, vielleicht sollten wir da konkret... Weil das ist, glaube ich, wirklich auch ein Thema, das uns in der Zukunft sehr beschäftigen wird. Die Impfunwilligen, die Sie jetzt angesprochen haben, was tun wir mit denen? Also ganz konkret würde ich es auch gerne machen, weil auch Sie da als Landeshauptmann natürlich Verantwortung tragen. Die Kindergärtnerinnen lassen sich viel zu wenig impfen und sind insofern auch ein Sonderfall, weil sie ja mit ungeschützten kleinen Kindern zu tun haben, die wir noch eine Zeit lang nicht impfen können. Was halten Sie von einer Impfpflicht für Kindergärtnerinnen? Vor ein paar Monaten hätte man mir ja gerne umgehängt, ich wäre für eine Impfpflicht. Das sind Sie auch gewesen, Herr Landeshauptmann. Sie haben gesagt, es kann sein, dass man manche zu ihrem Glück zwingen muss, war, glaube ich, Ersatz. Ja, und bin ordentlich hergefotzt worden. Zu Recht oder zu Unrecht? Zu Unrecht. Zu Unrecht. Ja, bitte sind Sie mir nicht böse. Wenn ich jetzt sehe, dass in einem Privatgarten in Keidorf oder am Ruckerlberg sie mir doch das Kleid feiern, da darf ich nicht rein. Ich habe nie in das Schlafzimmer wollen, das geht mir nichts an. Ja, aber ich habe immer gesagt, in den Solletteln, in den Gärten muss man schauen dürfen. Die Bundesregierung hat es dann im Übrigen gemacht. Aber das ist ja nicht die Impfpflicht. Ja, bitte? Impfpflicht, wir sind jetzt gerade bei der Impfpflicht. Und da ist sozusagen meine konkrete Frage, ist wirklich bei den Kindergärtnerinnen, weil ich schon glaube, dass das eine Sondersituation ist, wären Sie da für eine Impfpflicht? Sie sind ja auch, tragen Verantwortung als Dienstgeber. Das wäre ich persönlich. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts sagt, no, geht nicht verfassungsrechtlich. Wir haben das vor 14 Tagen in Baudaussee bei der Landeshauptleutekonferenz besprochen. Wir sind von Verfassungsdienst darauf angesprochen worden, dass jedes Land selber etwas tun kann, was die Aufnahme von Menschen anlangt. Niemand kann den ORF, die Styria, das Land Steiermark daran hindern, zu sagen, ja, du hast große Chancen, aber wenn du nicht geimpft wirst, scheitest du von vornherein aus. Und so wollen Sie das machen? Das will ich in den Bereichen des Landes selbstverständlich so machen. Das werden auch große Firmen machen. Auch bei den Kindergärtnerinnen? Auch bei den Kindergärtnerinnen bei Aufnahmen. Ich kann niemanden raushauen aus verfassungsrechtlichen Gründen, die sich jetzt nicht impfen lässt. Aber es ist gegenüber der anderen Mehrheit der Bevölkerung ein schäbiges Verhalten. Und da bin ich, Entschuldigung, noch einmal beim Föderalismus. Wissen Sie, Kindergarten, Kinderkrippe, Verein, Gemeinde, das ist ja das Fundament der Gemeinschaft. Da entsteht ja Heimat. Nicht am Ballhausplatz oder in der Hofstadt. Wir können ja den Ball flach halten. Es gibt ja in den Kindergärten ja nicht einmal, so viel ich weiß, nicht einmal verpflichtende Tests. Und wenn überhaupt nur die Empfehlung, einmal pro Woche sich testen zu lassen. Also da muss man ja überhaupt bei Null beginnen, weil man da offenbar überhaupt auch die Länder, die vielgerühmten, jetzt gar nicht hingeschaut haben ordentlich. Wir haben überall ordentlich hingeschaut und ich möchte mich nicht herumdrücken in Bezug auf die Toten. Da ist mir gut in Erinnerung ein fürchterlicher Kommentar in der Kleinen, muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber wir haben 2000 Tote. Nur Wien hat mehr. Von diesen 2000 Toten sind fast 1000 in den Pflegeheimen. Wieso hat man das nicht in den Griff bekommen? Weder im Frühjahr noch im Herbst. Die Steiermark hat 223 Pflegeheime. Der überwiegende Teil in privater Hand, das hat das schwierig gemacht. Die Oberösterreicher haben zum Beispiel 120 Pflegeheime. Wir haben sowieso zu viele. Aber da bleibt doch ein riesiges schuldhaftes Verhalten. Und zurück seitens der Politik, auch seitens der Länder. Das gehört doch aufgearbeitet, oder? Wenn die Krise dabei ist. Das wird aufgearbeitet, da ist ja eine Kommission eingesetzt und wir werden das im September bei einem Pflegegipfel klären, was geschehen ist, was in Zukunft zu machen ist. Aber noch einmal, die Epidemie als solche hat bewiesen, dass die Länder einiges zustande gebracht haben mit Hilfe der vielen Ärzte. Rottes Kreuz tut so gut, mit Apotheken bei den Testungen, auch die Betriebe, die Schulen. Großartig. Ich kann mich nur bei allen bedanken. Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Föderalismus. Wenngleich, ich muss es doch ansprechen, es eine Studie gibt, die das genaue Gegenteil besagt. Die sagt eben, Föderalismus war in der Krise hinderlich. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, das sozusagen auch auszulichert. Darf ich fragen, wer die Studie rausgeben hat? Die Wiener Gesundheitsökonomen Maria Hofmacher und Christoph Singhuber, die sagen... Naja, dann vielen herzlichen Dank, dass ich das noch erfahren durfte. Das hätte ich Ihnen aber auch sagen können. Dass sozusagen das Gesundheitssystem da nicht gut aufgestellt war. Vielleicht können wir das ein anderes Mal besprechen. Ja, das sage ich gar nicht, dass das Gesundheitssystem insgesamt anders aufgestellt werden muss, das bestreite ich nicht. Denn das ist nicht effizient, das wird zu teuer. Es hat niemand den Mut, wie wir seinerzeit bei den Gemeinden von 5,42 auf 2,87. Wollen wir ja jetzt auch die Leitspitäler machen. Wir haben nur Widerstand, aber wir werden es tun. Herr Landeshauptmann, wir sind leider schon nahe am Ende der Sendezeit und haben doch noch einige Fragen, die uns auf der Seele brennen. Bitte. Nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat jetzt jüngst offengelassen, sozusagen jetzt Blick in die Zukunft. Ob er noch einmal zur Verfügung stehen wird, ob er noch einmal kandidieren wird. Wenn ja, würden Sie oder würde die ÖVP ihn unterstützen? Schauen Sie, eine große Partei muss ihrer Selbstachtung willen bei allen Wahlen kandidieren. Eine große Partei kann aber auch Größe zeigen, wenn bei einer Wahl wie der nächsten Bundespräsidentenwahl, zum Beispiel Alexander Van der Bellen, der seine Sache gut macht, mit der ich persönlich sehr gut reden kann, ob man da nicht einen Schritt zurück macht. Aber das muss dann der Bundesparteiobmann vorschlagen und der Vorstand beschließen. Sie würden es unterstützen? Ich würde das unterstützen, wenn es zu einer Neuwahl käme, dass der gegenwärtige Präsident nicht mehr kandidiert, bin ich jedenfalls dafür, dass wir einen Schritt setzen in Richtung Öffnung. Wir waren ja bei der letzten Wahl auf den Erwin Bröll eingestellt, der hätte seine Chancen gehabt. Dann war ich für die Irmgard Gries. Ich bin es heute noch, wenn es neu wäre, dass man sie aufstellt. Mit der ist es nicht einfach. Könnten Sie sich vorstellen, auch einen Norbert Hofer, wenn er kandidiert, zu unterstützen als Partei? Auch diese Überlegungen und Spekulationen gibt es ja innerhalb der ÖVP. Eine Achsenbildung hinein in die Hofburg. Also ich sage einmal, jetzt warten wir ab, ob der Bundespräsident wieder kandidiert. Wenn er das tut, müsste sich die ÖVP gut überlegen, ob man nicht mehr Größe zeigt, wenn man nicht kandidiert. Wenn nicht, hätten wir mit der Irmgard Gries, mit der Helga Rabel-Stadler und so weiter großartige Persönlichkeiten, die mehr ansprechen im Rechtsbereich, im Kulturbereich, als das für die ÖVP normal zu haben ist. Und Herr Landeshauptmann, ganz zum Schluss, Sie selber werden ja im Februar 70, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, am 29. Februar ein Schaltjahr. Jetzt 50 Jahre in der Politik ist das... Nächstes Jahr gibt es kein Schaltjahr. Nein, deswegen werden Sie ja dann auch 70. Ist das vielleicht auch so eine Schwelle, wo Sie selbst auch überlegen, sozusagen das Zepter dann weiterzugeben? Also ich denke mir, Österreich und damit auch die Steiermark ist auf unruhiger See. Da geht der Kapitän nicht von Bord. Das heißt, die Prinzen müssen noch etwas warten. Im Gespräch ist der Grazer Bürgermeister, auch der Landesrat Drexler. Wo gibt es eigentlich eine neue Wahl? Frau Klassnig, die war Ihre erste weibliche Landeshauptfrau der Steiermark. Wir sind gut bestückt. Das heißt, Sie müssen sich gedulden? Nicht über die Maßen gedulden. Aber ich denke mir, dass es jetzt wichtig ist, die Staffette weiter fest in den Händen zu haben. Im Moment kann der Kapitän nicht von Bord gehen. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für den Besuch bei uns. Vielen Dank auch, Herr Chefredakteur, für das gemeinsame Fragenstellen. Und Ihnen im Namen von uns allen hier danke für Ihr Interesse. Die Pressestunde gibt es übrigens wie immer auch als Podcast zum Nachhören. Und hier geht es gleich weiter mit Politik. Rebecca Salzer führt durch das Parlamentsmagazin Hohes Haus und im Amt bei Claudia Reiterer im Zentrum. Geht es um die Zukunft der Freiheitlichen. Verbringen Sie noch einen angenehmen Sonntag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017